herzlich willkommen heute zur virtuellen geburtstagsfeier der free software foundation und wir haben sogar einen präsidenten da den präsidenten der free software foundation europe die matthias kirchner und eine rede kurzer sinn übergebe gleich mal ja dankeschön vielen dank fürs kommen ich hoffe dass jetzt alle dann hier nach und nach hierher finden soweit ich gehört hatte gab es noch ein paar kleinere schwierigkeiten mit dem link ja wie gesagt mein name ist matthias kirchner ich arbeite für die free software foundation europe wir feiern dieses jahr unser 20 jähriges bestehen und ich möchte euch so einen kurzen überblick über unsere arbeit aus den letzten 20 jahren geben dann eure fragen zur fsfe und unserer arbeit beantworten in der diskussionsrunde und vielleicht auch schauen wenn ihr lust habt bei uns mitzumachen wie das denn so möglich ist ja wir arbeiten für freie software für software freiheit das heißt dass jeder mensch die software für jeden zweck verwenden können darf dass die software dass man das verstehen darf die software also den quellcode auch bekommt dass man die software weiter verbreiten kann und verbessern kann ich denke das muss ich jetzt hier nicht noch mal ausführlich erklären aber dieses verwenden verstehen verbreiten und verbessern das ist das was freie software definiert auch open source software genannt und dafür arbeiten wir seit den letzten 20 jahren die arbeit bei uns bei der fsfe kann man grob in drei bereiche einteilen einmal die öffentlichkeitsarbeit einmal die arbeiten der politik beraten und dann die rechtliche arbeit zu freier software das sind auch so grob die drei bereiche in denen ich das jetzt die die arbeit vorstellen werde ja in weiter öffentlichkeitsarbeit was machen wir da wir sind bei veranstaltungen dabei wie wenn wir in normaleren zeiten leben würden jetzt auch wieder in chemnitz der fall wäre an dieser schönen stelle hier mit unserem stand und würden dort viele menschen darüber informieren was ist freie software warum ist freie software wichtig für unsere gesellschaft warum ist das wichtig für die wirtschaft warum ist das wichtig für die politik für eine demokratische gesellschaft das machen wir auf it veranstaltungen freien software veranstaltungen auf straßen festen auf 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 irgendwelchen veranstaltungen zu anderen themen bei denen wir dann dort menschen manchmal auch leuten die noch nie was von freier software gehört hatten eben das thema näher bringen manchmal wird das dann auch ein bisschen noch schöner wo es dann mit pizza gibt und sich dann alle treffen und das ist so eines von den punkten dem wir selbst jetzt auch in den letzten monaten sehr sehr gefehlt hat eben dass wir viel mit menschen reden über freie software und hören was was sind die probleme wie können wir das lösen wie kann man dinge besser erklären dass das mehr menschen verstehen warum freie software wichtig für unsere gesellschaft ist darüber hinaus bieten wir auf unserer webseite auch sehr viel informationsmaterial zu freier software an neben den webseiten selbst kann man dann informationsmaterial bestellen flugblätter aufkleber um dann eben und poster um jedem menschen in europa der im freie software weiter anderen menschen erklären will die werkzeuge an die hand zu geben das zu tun das kann man bei uns auf der webseite kostenlos bestellen um das dann weiter zu verbreiten außerdem kann man bei uns auch noch ja wir wir haben merchandise material also t shirts und andere dinge auf denen dann auch nochmal freie software mit beworben wird dass man wenn man draußen spazieren geht oder bei einer veranstaltung unterwegs ist dass man gleichzeitig andere leute informieren kann über das was einem wichtig ist und zeigen kann dass man für freie software sich einsetzt seit einiger zeit haben wir außerdem einen podcast gestartet mit indem wir auch über verschiedene themen freier software sprechen um das eben einem anderen publikum nochmals ein publikum die gerne podcast hören auch näher zu bringen und auch ein bisschen tiefere gespräche nochmal zu führen da hatten wir jetzt in den letzten monaten podcasts mit kore doktor oder mit lydia pincher von kde harald welt haben über verschiedene aktivitäten die ich nachher auch noch kurz erwähnen gesprochen oder hier jetzt lawrence lessig den wahrscheinlich auch einige leute noch kennen werden mit dem sehr empfehlenswerten buch code and other laws of cyberspace oder jetzt code 2.0 wo es um darum geht wie menschen reguliert werden und warum auch eben freie software wichtig ist ja darüber hinaus ein eine von den veranstaltungen die wir jetzt auch schon seit vielen jahren machen ist der i love free software day und das kommt daher dass wir der ansicht sind dass wir in der freien software gemeinschaft oft relativ harte diskussionen auch mal führen da werden dann bug reports geschrieben feature request gestellt hatte diskussionen auf mailing listen oder irgendwo im erc oder anderen kanälen wo dann geschrieben wird warum das nicht so gut ist und das andere eigentlich besser ist und dass man das ändern sollte und kräftige diskussionen und manchmal hatten wir das gefühl was ein bisschen untergeht ist dass man auch mal danke sagt also dass man dass man den entwicklerinnen die die sich dafür einsetzen dass wir alle wenn wir diese software dann auch mit nutzen und ändern können dass wir von denen diese freiheiten bekommen das verwenden verstehen verbreiten und verbessern und deswegen haben wir gesagt wir machen einfach einen tag im jahr haben da den 14 februar gewählt und sagen ermutigen dort alle dass sie an dem tag einfach mal einem anderen freien software entwickler einer anderen freien software entwicklerin dankeschön für die arbeit sagen die sie für uns und für die gesellschaft machen und deswegen möchte ich nur alle von euch ermutigen hier freut mich sehr dass 64 was für eine schöne zahl gerade in dem raum hier dass dass ihr das in euren kalender eintragt 14 februar als wiederkehrender termin und ich einfach einmal im jahr daran erinnern lasst auch mal dankeschön zu sagen und wenn ihr mehr ambitioniert zeit macht es monatlich rein weil das müsst ihr natürlich nicht nur an dem tag machen an dem wir die welt nicht daran erinnern dass man sich dafür bedankt sondern kann natürlich auch jeden monat mal dran denken dass man einer anderen person einfach dankeschön sagt und das was ich so als rückmeldung immer wieder bekommen ist dass dass sich da menschen sehr drüber freuen einfach ein kurzes dankeschön zu bekommen wenn man ein bisschen mehr machen will kann man natürlich auch noch jemand einladen auf ein getränk oder einen kuchen backen oder gab schon schöne sachen mit torten und anderen sachen seid kreativ sagt den anderen danke kann unserer gemeinschaft und unsere bewegung denke ich nur nur gut tun ein anderes thema was auch schon seit anbeginn der fsfe 2001 mit thema war war das thema software patente und da haben wir uns von anfang an mit mit eingesetzt mehr menschen darüber zu informieren warum sind software patente schlecht für unsere gesellschaft warum sind die schlecht für die wirtschaft warum verhindern die fortschritt im gegensatz zu dem was viele leute meinen dass patente innovation stärken da hatten wir haben wir viele jahre lang immer wieder kommt das immer wieder hoch immer wieder ist das ein thema bei dem wir dann eben viele hintergrundgespräche führen mit unternehmen mit der mit mit politik und und versuchen dort das zu verhindern dass diese monopolisierung dort so stark ist und entwicklerinnen so stark eingeschränkt werden in dem wie man probleme lösen kann ja außerdem haben wir dem papst handschellen geschickt kommt daher dass wir viele jahre lang den document freedom day organisiert haben da ist das thema warum sind offene standards wichtig und wir haben da einmal in einem jahr gefragt das internet gefragt wer sollte denn informationspakete zu freiheit zu offenen standards von uns bekommen und da war dann einer der vorschläge neben vielen öffentlichen verwaltungen politikern war der papst auch mit dabei und ja das in dem paket war neben einem geschriebene informationen so offenen standards auch handschellen mit drin um zu zeigen dass man mit proprietären standards mit unfreien standards abhängig ist von den herstellern und deswegen hat der papst von uns auch handschellen bekommen damals ich weiß nicht genau was mit den handschellen passiert ist aber ein paar von den handschellen haben wir später noch mal rausgefunden dass das ganz gut angekommen ist und zwar ist ein paket davon auch an die nili größt das ist die ehemalige vizepräsidentin der europäischen kommission gegangen und die hat das dann auch in einem vortrag genutzt und hat dort dann gemeint dass sie von uns was bekommen hat was sie sonst nicht so bekommt und dass wir sie mit dass wir ihr die handschellen geschickt haben und dass es darum um digitale handschellen digitale abhängigkeiten geht und hat gemeint dass sie da auch dafür ist dass wir dort offenheit und offene standards brauchen und ja das außerdem später mal ich hatte die mal noch getroffen und dann hat es mir noch als sie gehört hat dass wir die waren die die handschellen geschickt hatten hat es uns dann noch die geschichte erzählt dass sie nach der rede ziemlich viel probleme noch an der flughafensicherheit hatte und das lange hin und her ging weil sie die eigentlich mitnehmen wollte dann aber letztendlich dann doch abgeben musste naja das war ein thema von dem was wir damals zu offenen standards gemacht hatten ein anderer bereich war dass wir dort auch jedes jahr eine torte verteilt haben mit einer auszeichnung für organisationen die sich für offene standards einsetzen und sich dort hervor getan haben und eins von den ersten ging damals an das deutschlandradio weil die ihre streams damals schon immer auch war bis format auch hatten sind wir hingegangen und haben hier diese torte überreicht und dort mit mit deutschlandradio zusammen gesprochen das war dann auch sehr interessant da hat sich danach auch nochmal in der öffentlichkeitsbereich das ergeben dass das wir danach noch zwei jahre lang so eine monatliche sendung mit denen hatten in denen wir themen zu freier software mit redakteuren dort besprechen konnten ja hier wie gesagt deutschlandfunk ein jahr war das dann auch die tagesschau die in teora videoformaten ihre sendung angeboten haben oder hier in dem fall in deutschland die die taz die die in ipub ihr ihr digitales angebot auch in e pub anbietet im gegensatz zu dem angebot von fast allen anderen zeitungen größeren zeitungen die das dann mit der m und in irgendwelchen apps oder in anderen formaten machen die im keine offenen formate sind ja ein anderer bereich den wir auch viele jahre lang mit bearbeitet haben ist freiheit auf mobilen endgeräten also auf mobiltelefon dort hatten wir einer von ehrenamtlichen von uns hatte damals angefangen zu dokumentieren wie kann man möglichst viel freie software auf einem android gerät zum laufen bringen und hatte dann irgendwann eine e mail bekommen von richards dorman der ihm gesagt hat ja ist ja eine schöne kampagne aber das sollte anders werden das sollte anders werden das sollte noch besser hervorgehoben werden hier habe ich noch einen vorschlag da noch der hat dann zu mir gesagt ja ich habe das fast alles umgesetzt hier bin ich mir noch ein bisschen unsicher wollte ich noch mal gucken wie wir das machen aber warum redet der von der kampagne und dann haben wir uns überlegt dass das eigentlich gar nicht schlecht wäre da eine kampagne zu zu machen das war dann der anfang davon wir haben dann dokumentiert wie man freie software auf ein mobiltelefon flashen kann wie man das benutzen kann man dort fdroid installieren kann um dort mehr freie software apps zu installieren wir haben workshops gemacht bei denen wir menschen geholfen haben freie software auf die geräte zu flashen oder auch mit entwicklerinnen wie man aber programme also die eigenen entwickelten programme bei fdroid mit reinbekommt das ist auch eine von den aktivitäten die ist jetzt ein bisschen in den letzten jahren ein bisschen weniger gewesen da wir haben wir aber vor in den nächsten monaten wieder etwas intensiver dran zu arbeiten ja eine weitere aktivität die die uns auch einige jahre begleitet hat war dass wir der ansicht waren dass die öffentliche verwaltung keine werbung für proprietäre software machen sollte und wir haben immer wieder gesehen dass auf den webseiten der öffentlichen verwaltung hinweise waren dass man dieses dokument aber nur mit einem bestimmten pdf betrachter anschauen kann und ein link da drauf auf noch ein logo und dass man sich den doch runterladen soll und man nur mit dem diese dokumente aufbekommt und wir waren der ansicht dass das nicht richtig ist und dass das eigentlich vergleichbar ist wie wenn wir heute auf einer autobahn fahren und dann steht dazu ein schild auf dieser autobahn können sie nur mit einem auto der firma xy fahren eine kostenlose probefahrt können sie bei ihrem händler um die ecke machen es ist nicht richtig man kann dort mit unterschiedlichen betrachtern so ein dokument aufmachen es gibt freie software betrachter dafür und öffentliche verwaltung sollte nicht einen einzelnen proprietären hersteller so stark bewerben ja was aber gemacht ging wieder viel von ehrenamtlichen aus die haben eine webseite aufgesetzt pdf readers punkt org mit freien software pdf betrachtern wir haben dann angefangen mit vielen menschen in ganz europa zu sammeln wo ist das denn der fall auf webseiten der öffentlichen verwaltung mit den anschriften gesammelt haben dann einen brief geschrieben und dann die ganzen öffentlichen verwaltung angeschrieben und ja das war dann das war dann letztlich also wir hatten am ende 2.104 verwaltung die waren geschrieben haben und am ende haben wir es geschafft gehabt dass 100 1.125 davon also über 50 prozent das geändert haben und die werbung entweder entfernt haben oder eine neutralere formulierung dort gewählt haben in der sie auch auf rei software pdf betrachter hingewiesen haben die bundesregierung hat dann ist sogar immer noch so im migrationsleitfaden text bausteine von uns die sie dort empfehlen die man dort anbringen kann damit man da anbieter neutral ist ein weiterer punkt der in der kampagne dann auch aufkam war nach längeren diskussionen mit hat man auch immer wieder google dort kontaktiert und letztlich viele andere entscheidungen wahrscheinlich auch die mit reingeflossen sind aber wir haben uns trotzdem sehr gefreut dass innerhalb von der kampagne dann die pdfium quellen also die die software die dafür sorgt dass man in chromium pdfs betrachten kann dann als freie software veröffentlicht worden sind davor war das ein teil der nicht bei chromium drin war sondern nur bei dem proprietären chrom einer von den schönsten beispielen war für mich lange jahre die stadt hamburg die hatten das nämlich dann auch geändert und hatten dann eine webseite auf der sie darauf hingewiesen haben also den den text haben einige von denen gemacht da sie meint die formulare und infoblätter sind pdf sind als pdf dateien verfügbar entscheiden sie sich für einen freien pdf betrachter es gibt viele programme um pdf dokumente zu lesen und zu schreiben die folgende liste von pdf betrachtern ist anbieter unabhängig all diese programme sind freie software die ihre vier freiheiten das nutzen untersuchen weitergeben und verbessern respektieren dies gibt ihnen kontrolle über ihren rechner und hilft ihre privatsphäre zu schützen und das ganze war über lange zeit unter www.hamburg.de adobe verfügbar denke ich ein schönes beispiel für den erfolg dieser kampagne ja eine der aktuelleren aktivitäten von uns ist die dass das framework public money public code da wird morgen auch die bonnie mehring von uns noch mal einen eigenen vortrag von halt drüber halten ich werde das hier nur ganz kurz einmal anteasern wir sind der ansicht dass software die von der öffentlichen verwaltung die mit öffentlichen geldern finanziert wird wieder als freie software veröffentlicht werden soll wir haben einen offenen brief dazu gemacht viele menschen haben den unterschrieben wenn ihr das noch nicht gemacht habt geht bitte auf public code.eu unterzeichnet dort den offenen brief gerade in diesem jahr noch mit der bundestagswahl ist das gut wenn da viele organisationen und viele unterstützer mit drauf sind das hier ist eine kleine auswahl an organisationen die den auch mitgezeichnet haben wir haben dann auch ein video gemacht das könnt ihr auch auf der webseite finden kurzes unter vier minuten video was das thema noch mal erklärt haben wir dann auch genutzt um bei der letzten bundestagswahl alle bundestags kandidatinnen damit anzuschreiben auf das video mit zu verlinken und das ist recht gut angekommen werde ich gleich noch mal darauf zurückkommen eine andere aktivität die wir gemacht hatten war dann auch an dem 14 februar mal dass wir alle abgeordneten im bundestag einen brief geschrieben haben zu freier software zu public money public code eine rose dazu gepackt haben und jedem bundestagsabgeordneten jeder bundestagsabgeordneten diesen brief in den briefbox in den in den briefkasten im bundestag reingemacht haben und ja wir hoffen dass das bei ein paar leuten in erinnerung geblieben ist und denken auch dass man das immer mal wieder ans abstimmungsergebnis sieht dass da sich vielleicht mal daran erinnert oder denkt da war doch mal was und ja das ist wie gesagt also das ist das public money public kurzes so ein framework sein was euch und viele andere menschen auf der welt eben daran befähigt öffentliche verwaltung politiker anzuschreiben und zu überzeugen warum ist freie software wichtig und ein schönes beispiel hatte hier auch mal meine mutter hatte einen politiker angeschrieben einer konservativen partei deutschlands zur wahl und hatte hatte auch geschrieben zur freie software hatte das video mit verlinkt gehabt und auf die kampagne verwiesen und dann kam eben da auch so eine mit eine antwort finde es aber höchst beeindruckend was ihr sohn und seine fsfe auf die beine gestellt haben nach der wahl würde ich dann gerne einmal mit ihrem sohn kontakt aufnehmen um die chancen in diesem bereich liegen näher zu besprechen wir politiker sind dringend auf externen input angewiesen und das schöne dabei war jetzt in dem fall auch dass das später dann auch wieder einen staatssekretär in einem ministerium war was natürlich extrem gut ist wenn solche leute in den positionen so politische entscheider von vielen menschen immer wieder hören warum ist freie software wichtig ja weiterhin in dem framework wir haben da auch eine broschüre dann um wenn die leute sich dann für mehr interessieren den dann mehr informationsmaterial zur verfügung zu stellen wo man dann noch mal lesen kann was ist freie software genau wie funktioniert das wie ist das mit der sicherheit bei freier software was für beispiele gibt es denn da schon das ist kann man alles in der in der broschüre mit finden die auch bei uns auf der webseite mit kostenlos bestellen könnt und weitergeben könnt das ist so der der follow up dann wenn die leute sich erst mal für interessieren sagen ich will da jetzt was machen ja und einer der effekt in den letzten jahren war dann auch hier letztes letztes jahr noch dass die die cdu letztlich die größte konservative partei europas den beschluss auch mit gefasst hat dass öffentlich finanzierte software als freie software veröffentlicht werden soll was für uns schon ein riesen schritt war dass das das dann passiert ist das hatte ich als wir noch anfang 2000 angefangen haben mit politikern zu sprechen gerade bei konservativen parteien sehr viel gegenwind noch bekommen zu freier software das hätte man sich da nicht vorstellen können dass das eine von den parteien dann sein wird die das so stark innerhalb von von so einem zeitraum dann bei sich mit ihnen in beschluss mit reinschreibt und das ist auch was wo man jetzt immer wieder darauf verweisen kann das ist aber beschlossen worden warum macht ihr das dort nicht und immer wieder daran erinnern ja diese das thema hat ja dann auch kann man dann auch gerade letztes jahr noch mal ziemlich stark auf als es um die diskussion zu corona warn apps ging und da waren wir in deutschland mit vielen akteuren dann sehr erfolgreich dass diese app eben als freie software veröffentlicht worden ist und dadurch das möglich war dass man untersuchen kann was macht die app eigentlich genau dadurch auch leider was nicht gemacht worden ist von den entwicklern der software dass das dann auch in fdroid verfügbar gemacht wird das war dann aber später auch noch möglich eben weil es freie software ist konnte man dort noch änderungen machen gab noch änderungen bei micro g was einem dann ermöglicht dass man auf dem telefon ohne proprietäre google komponenten auch diese corona warn app einsetzen kann wenn man das denn möchte außerdem ist das nicht nur in deutschland so sondern in anderen europäischen ländern gab es da auch viel diskussion dazu gab dann auch generell in dieser debatte um wie bekämpfen wir die pandemie immer wieder stärker diese einsicht von dass wir so eine pandemie nur gemeinsam lösen können und dass das nicht gut ist wenn jeder seine eigene lösung einfach baut ohne mit den anderen zu sprechen ohne sich mit den anderen auszutauschen globale probleme brauchen gemeinschaftliche lösungen und das ist das ist was bei dem wir jetzt die erfahrung in den letzten monaten auch gemacht haben dass obwohl die argumente mittlerweile fast die gleichen sind wie wie vor der pandemie dass mehr politische entscheide verstanden haben warum ist freie software denn wichtig was bringt mir das denn dass ich auf einmal interoperabilität haben könnte mit einem anderen europäischen land oder sogar weltweit und ja also diese diskussion und diese statements die es in der zeit jetzt zu freier software gab das ist wenigstens ein ein positiver effekt den neben all den furchtbaren sachen die jetzt passiert sind dort mit rausgekommen ist und ja habt ihr jetzt ja vielleicht auch in den letzten wochen wieder gesehen ist natürlich sehr gut für für jemanden der organisation die sich seit über 20 jahren für freie software einsetzt wenn wenn es um eine diskussion einer neuen app zu corona geht wenn bevor wir irgendwas dazu sagen können schon 20 andere sagen aber warum ist das nicht freie software da merkt man dann dass sich das ganze eben weiter verbreitet hat und dass wir da als bewegung sehr viel weiter sind als wir das noch vor 15 oder 20 jahren waren andere bereich jetzt neben dem politischen bereich ist bei uns auch immer die der rechtliche bereich mit gewesen als ich damals anfang der 2000 da auch mit anfing bei der fsfe ist das gerade mit angefangen mit den verfahren in dem fall dass microsoft das kartellverfahren gegen microsoft und der europäischen kommission da ging es damals darum dass microsoft die das monopol im desktop betriebssystem bereich nutzt um auch im arbeitsplatz server bereich ein monopol zu erlangen die europäische kommission kam dann mit dem mit der rückmeldung von vielen anderen beteiligten unter anderem auch der fsfe zu dem schluss dass microsoft diese monopol position ausnutzt und dadurch zum beispiel auch freie software konkurrenz wie den samba mit verhindert und ja hat dann eine strafe verhängt microsoft hat dann aber gegen die europäische kommission geklagt vor dem europäischen gerichtshof das ging viele jahre letztlich waren das über zehn jahre und die anzahl der organisationen die die europäische kommission dort unterstützt hat die ist immer weniger geworden immer weniger und die fsfe war am ende eine von den letzten drittparteien die in dem verfahren noch drin waren andere organisationen sind ja teilweise rausgekauft worden da gingen dann millionenbeträge 20 millionen an organisationen die danach gemeint haben sie haben da kein interesse mehr an dem verfahren die microsoft musste 860 millionen am ende strafe bezahlen und informationen veröffentlichen die haben aber über drei milliarden in dem ganzen verfahren ausgegeben um trittparteien in irgendwelchen vereinbarungen zu treffen und diese parteien dann nicht mehr weiter an dem verfahren beteiligt waren und natürlich auch zehn jahre lang verhindert haben dass es eine bessere mehr konkurrenz in dem bereich gibt sieht man auch wieder es ist was solche arbeit dauert extrem lange das ist auch immer wieder etwas was wir bei der arbeit der fsfe feststellen es ist was was sehr langen atem benötigt dass man dran bleibt um dann kleine erfolge auch mit zu erzielen muss man lange dran bleiben in dem fall eben über zehn jahre ja wir haben außerdem ende jetzt 2008 das legal network bei uns gestartet hintergrund war der dass wir festgestellt haben dass oft in unternehmen entwicklerinnen gerne freie software einsetzen wollen und die wollten das nutzen weil das einfach eine gute lösung für den ihre probleme war aber die rechtsabteilung hat dann gesagt nee können wir nicht weil und dann kam oft irgendwelche argumente die darauf basiert haben dass es irgendwelche missverständnisse zu freien software lizenzen gab ganz komische vorstellungen von wie copyleft funktioniert was für auswirkungen das auf die restliche firma hat auf andere entwicklungen die dort stattfinden und wir dachten dass das wichtig ist dass dass diese leute in diesen rechtsabteilungen oder leute die rechtliche beratung machen für unternehmen oder diese entscheidungen mit treffen dass die ihre entscheidung nicht auf basis von irgendwelchen hören sagen oder irgendwelchen gerüchten treffen sondern dass das anhand von fakten passiert deswegen haben wir gestartet mit so einem netzwerk bei dem sich vertreter von unterschiedlichen organisationen wie die zusammengebracht haben damit man dort diese themen besprechen kann einmal leute die sich sehr gut auskannten aber dann auch nach und nach leute die interesse daran hatten schon so ein bisschen verständnis hatten aber noch nicht so viel und das hat letztlich dann dazu geführt wird das netzwerk ist mittlerweile über 400 mitglieder groß ist weltweit in über 28 ländern wir haben immer noch eine vertrauliche mailing liste in dem bereich damit die leute sich dort austauschen können probleme aus ihrem bereich ansprechen können ohne dass das gleich in der öffentlichkeit ist um dann eben auch herauszufinden dass andere organisationen unternehmen andere anwälte compliance engineers eben schon eine lösung für dieses problem haben oder dieses problem gar nicht so problematisch einschätzen wie jetzt andere und wie die das handhaben dass sie eben mehrfach freie software einsetzen können und ja das ist für uns immer noch ein wichtiger arbeitsbereich in dem wir der ansicht sehen dass wenn wir dort menschen zusammenbringen dass sie sich austauschen können dass das dazu führt dass freie software in mehr bereichen eingesetzt werden kann einmal dass entwickler entwicklerinnen in den organisationen die tools nutzen können an denen sie spaß haben die gut für die lösung sind aber auch eben dafür dass nachher nutzerinnen davon profitieren dass das in mehr produkten freie software drin ist und dass sie da nicht nur so viel proprietäre software dort ist sondern in immer mehr bereichen auf freie software mehr einzug findet um unserem ziel näher zu kommen dass letztlich alle software die wir für uns selbst benötigen freie software ist in dem bereich zu rechtlichen aspekten haben wir jetzt auch seit einiger zeit eine eines eine empfehlung mit die das ist reviews punkt software ist die webseite für eine information dazu die das problem was wir dort angehen wollten ist wir wollen dass lizenzinformationen besser lesbar sind für menschen aber auch für maschinen also dass es einfacher ist zu verstehen welche anforderungen werden dort gestellt welche lizenzen sind das unter der die software lizenziert ist was muss ich denn tun wenn ich diese software wiederverwenden will und eben nicht nur was muss ich tun wenn ich diese software für mich alleine wiederverwenden will sondern wie ist das für mich als unternehmen wie ist das für mich als behörde wenn ich diese software weiterverwenden möchte was muss ich dafür tun damit das rechtssicher damit ich das rechtssicher machen kann und dort dadurch keine probleme entstehen und da haben wir eben ganz ganz kurze zusammenfassung von was muss ich dafür tun findet ihr auf reviews punkt software sind drei kleine schritte kann nur allen von euch empfehlen schaut euch mal an ist am anfang wenn man projekt startet wirklich nicht viel arbeit führt aber langfristig auch wieder perspektive 10 20 jahre hoffentlich dazu dass das man besser weiß was ist unter welchen lizenzen sind diese unterschiedlichen komponenten wenn man produkte hat bei denen man teilweise hunderte tausende millionen von von komponenten mit hat was muss ich dort tun um diese software wieder weiter zu verwenden das geschaffen wir nur wenn das mehr automatisiert werden kann wenn man das nicht jede einzelne sache noch mal anschauen muss und ja da gibt es jetzt auch gute fortschritte in dem linux kernel die setzen also die die nutzen auch diese empfehlung machen auch das bei sich das kde framework hat das mittlerweile implementiert oder auch hier diese ios corona warn app die ist auch reviews compliant und gleich wird dann noch mal mehr dazu genau wir sind auch in einem in einem projekt der europäischen kommission mit mit involviert das ist von horizon 2020 so ein förderprojekt im forschungsbereich und dort sind wir darin involviert dass wir in einem projekt in dem wieder andere projekte angenommen werden dafür zuständig sind dass wir diese software projekte prüfen schauen halten die die lizenzen ein was können die denn tun um das besser darzustellen was müssen die denn noch machen damit sie keine lizenzen verletzen und ja da haben wir jetzt in den letzten monaten sehr viele projekte schon überprüft über 26 von den projekten haben auch bereits diese reviews empfehlungen mit umgesetzt was das dann auch hoffentlich dazu führt dass es eben nicht nur eine einmalige überprüfung ist sondern dass die tools haben um dies immer und immer wieder zu überprüfen also wir bieten da auch eine API an damit man das dann weiß ich mit einbinden kann und immer sieht ist mein projekt denn noch reviews compliant ist da alles korrekt oder muss ich da irgendwas noch tun und wenn das wenn das projekt dann zu ende ist dieses next generation internet dann ist dann wird ende diesen jahres über 150 projekte gefördert von der von geldern der europäischen kommission dann als freie software veröffentlicht sein ein anderer bereich der auch noch sehr aktuell gerade ist ist die radio equipment directive das ist auf europäischer ebene eine regulierung die es sehr sehr schwer macht beziehungsweise verhindert dass man auf funkfähigen geräten wie wifi routern routern wie mobiltelefonen embedded geräten alles was dann irgendwelche funktionalität hat kann man dann nicht mehr die software ändern ohne dass die wieder zertifiziert wird und das ist was was natürlich komplett gegen die idee von freier software spricht dass wenn man gerät hat dass man die software darauf auch wieder verändern kann und änderungen mit weiter dann verbreitern verbreiten kann gerade auch ja ich meine jeder viele von euch werden wahrscheinlich auch gerade mit einem gerät hier zuschauen was eine funk funktionalität hat oder eins neben sich liegen haben und ja deswegen haben wir uns da von anfang an auch mit eingesetzt und bei konsultationen und sitzungen teilgenommen oft halt gegen sehr viele also die sehr viele andere die komplett andere ansicht hatten was dort gemacht werden sollten wir haben dann auch eine rechtliche studienauftrag gegeben die wir dort verwendet haben um zu erklären warum das nicht gut ist in der art und weise eine mailing liste mit technischen experten die sich mit funk themen mit auskennen die uns da beraten haben aufgesetzt und ja da sind wir weiterhin dran findet ihr auf unserer webseite die updates wenn ihr da auf dem laufenden bleiben wollt tragt euch einfach auch bei uns in die in die mailings ein dann bekommt ihr damit wie wie sich das weiterentwickelt wird wahrscheinlich schwer werden aber wir bleiben an dem thema dran ähnliches thema router zwang in deutschland waren wir da sehr erfolgreich zusammen mit anderen organisationen dass wir von 2013 bis 2016 dann das hinbekommen haben dass das letztlich im koalitionsvertrag sogar niedergeschrieben war dass der router zwang abgeschafft werden soll und dass nutzerinnen die freie endgeräte wahl haben sollen das ist jetzt was nachdem das auf deutscher ebene erfolgreich war haben einige von den unternehmen dann eigentlich das auf eu ebene gestartet und versuchen jetzt auf eu ebene das wieder einzuführen dass die internet service provider bestimmen können welchen router man bei sich zu hause stehen hat und da auch eben einem proprietäre software mit aufzwingen und dann selber entscheiden wie oft diese software denn aktualisiert wird oft eben gar nicht oder ja was für funktionen man dort hat und wie letztlich das heimnetzwerk gesichert ist gegen das internet ja da laufen in deutschland auch immer wieder dann irgendwelche konsultationen hier auch mit der tkg-novelle mit dem wirtschaftsministerium auch da ist man glücklicherweise einige technische expertise die ehrenamtliche datt mit beisteuern dass wir das mit mit ausgleichen können wie kann man bei uns mitmachen neben diesen arbeitsgruppen zu den einzelnen themen haben wir bei uns eben auch die möglichkeit erstmal zu lokalgruppen zu gehen findet auf unserer webseite wo die sich treffen oder jetzt gerade wo die sich virtuell treffen wir haben mailing listen auf den themen zu freier software diskutiert werden rückmeldung um rückmeldung gebeten wird macht da gerne mit gebt uns rückmeldung gibt uns diskutiert mit zu was sind die probleme freier software wie können wir die gemeinsam angehen kommt kommt gerne zu den treffen von den lokalen gruppen vorbei oder auch zu den anderen veranstaltungen die wir auf der webseite mit ankündigen sobald das dann wieder möglich ist bis dahin gerne auch bei unseren virtuellen treffen mit teilnehmen wir haben bei uns noch so ein paar generelle gruppen wir haben zum beispiel sehr aktive ehrenamtliche im bereich von den übersetzungen und korrektur lesen für unsere webseiten also viele von den webseiten für uns sind in sehr viele sprachen übersetzt die videos zum beispiel auch mit jetzt public money public code sind wir gleich bei sieben sprachen die webseite 15 oder noch mehr und ja das ist für uns eben extrem wichtig als europäische organisation dass wir menschen in der muttersprache erreichen weil wir die überzeugung sind dass die menschen dann das nochmal das thema sehr viel besser verstehen warum ist freie software wichtig für unsere gesellschaft wir haben leute die uns dabei helfen stände zu organisieren wie eben jedes jahr auch mit beim chemnitzer linux tag wenn er in person stattfindet oder unser unsere für unsere webseite das bearbeiten auf technischer ebene aber auch auf inhaltlicher ebene sowie designer oder eben auch letztes jahr sehr stark und letzten monatlich sehr stark gefordert unsere ehrenamtlichen systemadministratoren die dann auch bei uns viele dinge nochmal umgesetzt haben dass wir sachen mehr remote machen können und da eine bessere infrastruktur mit haben wenn ihr damit helfen wollt ist sehr sehr gerne also gerade solche lösungen wie wer sich gut mit big blue button auskennt oder hier mit was jetzt ja auch hier beim beim clt mit hier verwendet wird mit diesem mit dieser virtuellen welt wo man so rumlaufen kann und sich da treffen kann was ich sehr nett finde also gerne bei uns melden und wir schauen mal was es dafür möglichkeiten gibt gerade wo wir da hilfe mit brauchen warum machen wir das ganze worüber ich die ganze zeit jetzt hier gesprochen haben machen das für software freiheit das heißt dass jeder mensch software für jeden zweck verwenden kann und zwar jeder mensch uneingeschränkt keine diskriminierung aufgrund von herkunft aufgrund von irgendwelchen überzeugungen jeder mensch sollte diese software für jeden zweck einsetzen können und solange man möchte ohne dass man erst mit dem programmierer der programmieren dem unternehmen irgendwelche verhandlungen führen muss ist das denn jetzt erlaubt und ist das erlaubt und darf ich das damit machen und für den reinen einsatz auch ohne dass man überhaupt die lizenz lesen muss und irgendwelche rechtlichen dokumente studieren muss um rauszufinden darf ich denn das damit weiterhin dass man die software immer verstehen kann dass wir in der welt in der immer mehr um uns herum mit software gemacht wird von software gesteuert wird dass wir die möglichkeit haben als gesellschaft das zu verstehen und darüber mehr zu lernen wie das funktioniert und darüber zu diskutieren das heißt wenn manche von uns die möglichkeit haben was zu analysieren dass sie das auch wieder in die breitere öffentlichkeit bringen dass sie dort mit anderen darüber sprechen ist das denn gut für unsere gesellschaft sollten wir dinge ändern wie software gerade entscheidungen bei uns mit trifft wie abläufe mit mit stattfinden in der demokratischen gesellschaft ist das ist das richtig so oder müssen wir da dinge ändern dass es allen menschen erlaubt ist software zu verändern und zu verbessern auf eigene bedürfnisse anpassen auf die von meinem unternehmen auf die von meiner organisation auf die von meinem land dass es nicht so ist dass jemand anders entscheiden kann durch software wie wir uns verhalten müssen menschen organisationen länder sollten dort souverän sein und selbst die möglichkeit haben zu bestimmen wie sie bestimmte dinge machen wollen und die software dahingehend ändern dass man das damit machen kann und nicht sich selbst ändern müssen weil die software einem das eigentlich anders erlaubt also auch immer einen erweitern abändern forken und eben auch was immer mehr immer mehr relevanz mit hat dass man auch geräte reparieren kann was man früher meistens ja irgendwie noch konnte was jetzt immer schwieriger wird weil im software komponenten drin sind die einem das überhaupt nicht erlauben dass man da eine reparatur durchführt oder ein update durchführt und als letztes neben dem verwenden dem verstehen und dem verbessern eben auch dieses verbreiten dass man die software auch wieder weitergeben kann öffentlich oder auch privat an freunde und damit anderen menschen helfen kann und teilweise auch selbst davon profitiert wenn andere menschen ein wieder helfen und das alles auch wieder ohne zustimmung ohne dass irgendjemand verhindern kann dass ich anderen menschen helft dass andere leute mir helfen dass wir zusammenarbeiten und gemeinsam probleme lösen das ist es letztlich wofür wir die ganze zeit arbeiten für software freiheit freie software das software in unserer hand ist und dass wir technik selbstbestimmt nutzen können ja ich möchte bevor wir in die diskussion gehen noch mal kurz ein kleines zitat hier nennen was ich immer wieder auch mitbringen das hat mir mal mein erster lehrer in so einem posi album geschrieben viele kleine menschen an vielen kleinen orten die viele kleine dinge tun werden das angesicht der welt verändern und das möchte ich euch einfach noch mal mit auf den weg geben ich würde mich freuen wenn wir alle weiterhin daran arbeiten jeder von euch so seinen kleinen beitrag mit mit leistet dass wir mehr freie software haben dass mehr menschen verstehen warum ist freie software wichtig und dass in der summe von all diesen kleinen aktivitäten die wir alle irgendwo machen dass wir dadurch die welt mit zum besseren verändern können von daher schon mal vielen lieben dank das war so eine kurze übersicht über die letzten 20 jahre ich freue mich schon auf eure fragen und möchte nur noch einmal einmal ganz kurz vielen lieben dank an alle die uns unterstützen spender fördermitglieder aber vor allem all die ehrenamtlichen die viele viele stunden letzten 20 jahren dafür geopfert haben dafür eingesetzt haben dass wir alle mehr zu mehr von freier software profitieren können ohne die arbeit von unseren ehrenamtlichen ja das alles was ich euch jetzt die letzten 40 minuten hier erzählt habe nicht möglich gewesen vielen dank vielen dank matthias ja ich komme jetzt mal gleich zu den fragen die hier aus dem pet einfach mal vorlese die erste fängt mit an ipads für schüler ist das schlimm gibt es alternative hardware sollte man zurzeit nicht auf tablets in schulen verzichten also ipads ist halt leider immer noch so dass das halt proprietäre software ist schauen wir mal wie das mal in 10 oder 20 jahren aussieht ob apple vielleicht das auch mal noch hinbekommt dass sie neben dem dass sie sehr viel freie software einsetzen eben letztlich auch den nutzerinnen ihren geräte auch mehr freiheit mit geben sehen wir natürlich problematisch dass das jetzt dadurch dass man schnell mal schulen digitalisieren will und sich so ein bisschen moderneren anstrich geben will das macht was halt schnell gemacht werden kann dass man halt so ein paar ipads kauft und das gibt man den schülern und dann ist man ja digitalisiert und alles ist gut und man ist eine moderne schule und ja also unserer ansicht nach ist halt der reine einsatz von dass man jetzt irgendwo ein tablet hat das ist jetzt nicht der entscheidende faktor ist das eine bessere bildung und man kann viel besser machen mit mit digitalisierung in schulen und das ist natürlich gerade auch mit distanz unterricht im moment sehr wichtig aber diese diese schnell schüsse jetzt mal schnell irgendwelche die geräte zu besorgen und sich nicht gedanken darüber zu machen was für abhängigkeiten generiere ich denn dort wie lange bin ich denn dann an diese hersteller gebunden und was bedeutet das denn für für die schüler und schülerinnen wenn die dieses solche geräte mit haben die einem ja auch immer gleich auch mit dieses diesen aspekt mit vermitteln ja du hast dieses gerät aber wenn du jetzt rausfinden wollen würdest wie dieses gerät funktioniert das darfst du nur bis zu einem bestimmten punkt und du bist einfach nur du bist ein konsument du bist jemand der darf auf dieses gerät drüber wischen aber wie das genau funktioniert das darfst du nicht rausfinden und das ist halt was was komplett gegen die überzeugung jetzt auch der fsfe und meiner ansicht nach auch der freien software bewegung generell geht dass man dass man kindern nicht das auf den weg mit gibt software und hardware um euch rum ist dafür da um das rauszufinden wie das funktioniert das ist dafür da zu experimentieren das ist das ist etwas was ihr verändern könnt ihr müsst das nicht als gegeben nehmen ihr könnt das selbst mit gestalten ihr seid keine passiven wesen ihr könnt gesellschaft und zukunft mit gestalten und deswegen ist sowas jetzt dass man da einfach irgendwelche geräte kauft kann man schnell machen kann zeigen man hat was getan ist aber nicht unserer ansicht nach der nicht der richtige ansatz wenn man einfach jetzt wenn es um die anschaffung geräten geht sollte man schauen ob man da nicht geräte nehmen kann die die einem mehr freiheiten mit geben die vielleicht sogar wenn man das im größeren einsatz auch macht mehr auf sogar auf hardware ebene eine mehr freiheit mit geben aber also gerade in dem bereich sind so ansätze viel viel wichtiger dass man dass man die die wissensvermittlung da anders macht also ist ja beim chemnitzer linux tag auch immer mit von von tech kids diese workshops die es dann gibt und und andere formate die noch stattfinden während der veranstaltung das ist ja viel viel hat ja viel viel mehr auswirkungen darauf wie die digitale kompetenz von den kindern und jugendlichen nachher ist wie ob die jetzt ein ipad haben oder ob die halt irgend ein anderes gerät haben oder oder das noch mit papier und bleichstift machen ja da springe ich gleich mal noch zur zweiten frage weil die sich auch dazu bereich passt wie aktiv ist die fsfe im bereich der bildung überhaupt und wie kann man hier in der verbreitung freier software beitragen also wir machen da sachen leider meiner einzig nach leider viel zu wenig und deswegen auch der aufruf an alle die jetzt hier zuhören da was machen wollen wir haben es gibt bei uns eine mailing liste zu freier software bildungsbereich wir haben auch ein paar gruppen die da recht aktiv sind zum beispiel auch die die berliner lokal gruppe die da recht viel macht und wir haben auch geplant in den nächsten monaten noch ein ein projekt im bildungsbereich mit zu starten vor ein paar wochen ist auch hier tech kids die ich gerade schon erwähnt hatte eine assoziierte organisation von uns geworden weil da wo wir auch noch hoffen dass wir das dadurch mit der zusammenarbeit noch mal mehr in dem bereich bildung mitmachen können ist leider so ein bisschen als wir hatten eine zeit lang 2010 8 5 bis 10 so da hatten wir sehr viele also einige aktive ehrenamtliche so zwei drei die da sehr hinterher waren da ist da sehr viel passiert und danach ist das ein bisschen eingeschlafen oft halt aufgrund auch von von persönlichen lebenssituation von ehrenamtlichen viele viele bereiche bei uns hängen halt auch einfach davon mit ab wie viele leute wollen sich da engagieren und stecken eben die zeit auch mit rein deswegen der aufruf alle die daran interessiert sind dass die fsfe mehr macht zu freier software im bildungsbereich macht bei uns mit und dann macht die fsfe mehr im bereich freie software im bildungsbereich eine sache die wir jetzt zum beispiel mit mit angehen ist wir werden das finanzieren dass der werkzeugkasten freie software so eine broschüre zum einsatz freier software in der in der bildung dass das aktualisiert wird dass wir die berliner gruppe von uns diese texte noch mal aktualisieren wir werden den druck und die verteilung dort wieder bezahlen und wir wollen eigentlich auch dass diese broschüre dann ins englische mit übersetzt wird wenn ihr bei solchen unternehmungen mithelfen wollt kontaktiert uns gerne schreibt einmal an contact fsfe.org und sehr gerne an der folgenden frage geht es um software patente dann gibt es paar schöne diskussionsargumente für persönliche gespräche mit befürwortern also auf unserer webseite haben wir eine kategorie mit drin zu software patenten da sind viele von den argumenten mit drauf da ja ich glaube das ist das so eine ganz gute ganz einstieg und die debatte hat sich natürlich noch mal so ein bisschen weiterentwickelt kommt immer also es kommt immer extrem drauf an was man hintergrund hat denn die andere person als es gibt viele leute die für software patente sind aber nach unserer erfahrung ist es so dass die art und weise also welche argumente man da auch mitbringt und wie man das erklärt sehr stark auch mit davon abhängt woher kommen denn die menschen wo muss man die abholen und da sind eben die diskussionen nachher mit mit einem mit einem unternehmer der viel investiert in irgendwelche weiterentwicklung sind anders wie mit einem politiker wirtschaftspolitiker oder mit mit leuten in der bildung oder in der forschung oder also das kommt immer sehr stark darauf an schaut euch schaut einfach mal auf der webseite die argumente dort an das sind eigentlich so die meisten mit drauf gelistet und ja letztlich auch ganz viel ausprobieren und immer gucken so was funktioniert und was funktioniert nicht so gut arbeitete die arbeit hat die fsfe aktiv mit öffentlichen stellen in deutschland zusammen insbesondere bfg lfdi und bsi oder würde sie es gern ich habe jetzt nicht alle abkürzungen aber ja wir also wir arbeiten in europa mit öffentlichen verwaltung zusammen das ist das ist so dass wir also wir werden oft kontaktiert von leuten aus der öffentlichen verwaltung die fragen zu freier software haben generelle fragen dann öfter auch mal rechtliche fragen zu freier software viele sind auch daran interessiert an einem austausch die wollen mit anderen in kontakt kommen die in anderen ländern oder woanders in deutschland vielleicht an dem gleichen thema mit arbeiten da versuchen wir leute zu vernetzen wir hatten ja wir hatten letztes jahr leider auch eine veranstaltung mit absagen müssen zu public money public code also in der öffentlichen verwaltung wo wir viele wo man es eine vernetzung mit mit verstärken wollten wir haben auch immer wieder projekte direkt mit mit der öffentlichen verwaltung dass wir mal mit 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 leuten in den behörden dann projekte auch mit mit angehen dass dass wir die da besser unterstützen also ihr findet auf der webseite bei uns ein paar interviews wo wir dann mit leuten aus der öffentlichen verwaltung geführt haben damit das mehr öffentlich wird was sie was sie dort tun ich verlegt gerade was was noch wir hatten hatten vor vor einiger zeit dass doch das da haben wir auch eine veröffentlicht zu gemacht wir hatten mit dem giz zum beispiel hatten die mal darin beraten wie die freie software in der entwicklungszusammenarbeit besser verwenden können um ihre ziele dort effektiver zu erreichen also da sind immer wieder immer wieder projekte die man da zusammen macht um dort ein besseres verständnis zu bekommen und die darin zu unterstützen eine sache die auch ist auch sehr bekannt hier mit in limux da hatten wir am anfang als die überlegt hatten sollen sie umstellen auf freie software hatten wir sie unterstützt über und und dann später in anderen phasen dann eher im politik bereich jetzt weniger beratung sondern öffentlichkeitsarbeit dann dazu auch informiert ja nächste frage konnten da bezieht sich auf die öffentlich-rechtlichen sender da geht es dann darum was die fsfe dafür tut oder ob sie aktiv daran arbeitet dass die nicht nur auf youtube und twitter veröffentlichen sondern eben auch auf also bei dem thema direkt haben wir jetzt haben wir noch nichts gemacht gehabt das ist also wir hatten immer wieder mal wenn wir mit leuten gegenüber leuten kritisiert dass sie dann irgendwie werbung für irgendwelche proprietären komponenten davon irgendwie services dass dann die die jetzt gerade genannt sind oder irgendwelche andere social networks sind das haben wir kritisiert aber das ist jetzt nicht so der der kernbereich von unserer arbeit gewesen dass wir dass wir da daten gesetzt hatten also bei den öffentlich rechtlichen war eigentlich der die hauptarbeit die wir in der vergangenheit gemacht hatten dass die offene formate einsetzen also früher war das ja oft noch so ein problem mit mit irgendwelchen flashplayern mit mp3 streams und solchen sachen das war da mehr unser bereich das andere hatten wir jetzt nicht ist aber was also wenn wenn da also meiner ansicht nach ist das so ein thema was sehr stark darüber funktioniert dass sich mehr leute direkt auch bei als als hörer und als beitrag zahlende mit bei den sendern melden und und dorthin schreiben und andere darüber informieren dass sie das gemacht haben ich glaube dass das hat dort schon auch einiges an eine auswirkung und ja also hatten wir bis jetzt so nicht vielleicht mal was in der zukunft welche perspektive gibt ihr dem staatlichen open data lizenz system data lizenz deutschland gute ergänzung zu kreativ kann man es oder kann das weg also jetzt offene daten lizenzen das ist jetzt nicht unsere unsere kern kern kompetenz da würde ich jetzt haben wir noch nicht diskutiert gehabt konkret und da gibt es andere organisationen die die zu offenen daten lizenzen mehr machen also in deutschland zum beispiel die open knowledge foundation da würde ich sagen also lieber mal dort sprechen bevor ich jetzt hier irgendwie sachen einschätze die die jetzt nicht nur zum kernbereich liegen dann aber noch gibt es neues zu netz neutralität und funk abschottung also wie gesagt das ist auch jetzt netz neutralität der teil also der uns an dem wir jetzt damit arbeiten ist eben dieses radio equipment directive oder auch router zwang da ist das sind wir dann bei der neutralität von netzen und endgeräten mit mit beteiligt ansonsten ist auch auch der bereich eher was was von von anderen organisationen gerade auch in deutschland mit mit bearbeitet wird oder auf europäischer ebene auch die von etri dem dem europäischen dachverband wo wir auch dann mitglied sind und dort viele andere digitale rechte organisationen mit dabei sind also ein ein aspekt der bei fsfe immer wieder somit ist eine frage wenn es um neue aktivitäten geht sollen wir das machen oder nicht ist ist das ist das was was andere schon machen ist das was was andere gut machen und ist es notwendig dass wir das machen und wir konzentrieren uns meistens auf die dinge die andere organisationen nicht schon gut machen und die primär für freie software ein problem sind und nicht auch generelle viele generelle probleme für für proprietäre software mit ist gibt es einmal mal wieder ausnahmen zum beispiel bei den software patenten da hat mir auch sehr viel mit daran gearbeitet weil das einfach zu sehr die einschränkung für entwicklerinnen von von software mit war hatten uns da aber auch bewusst die ersten fünf sechs jahre im hintergrund gehalten und mehr im hintergrund gesprächen darüber informiert weil wir nicht wollten dass das problem jetzt nur rein dargestellt wird als das ist ein problem für freie software weil das ist genauso ein problem für proprietäre software deswegen hatten wir uns dann erst öffentlich stärker auch dazu mit bekannt und mehr dazu gearbeitet als auch mehr proprietäre unternehmen dort mit beteiligt waren und sich gegen software patente eingesetzt haben dann springe ich nochmal zu einer interessanten frage die arbeit der fsc scheint deutlich überschneidung mit der arbeit von digital courage e.v. zu haben arbeitet ihr zusammen wenn nein warum nicht also wir haben schon zusammengearbeitet in der vergangenheit zum beispiel haben wir mal einen flugplatz zusammen gemacht zu digitale rechteminderung also drm wir haben auch sonst immer wieder austausch zu themen aber es ist wie gesagt der die überschneidung ist dann nicht ist da nicht so enorm groß weil wir schon auch schauen dass jetzt gerade solche privatsphäre themen oder netzneutralität oder andere themen die jetzt bei bei der digi gestert stark mit verfolgt werden dass das sind nicht so unsere kerngebiete das sind dinge die viele von uns privat auch mit unterstützen ich war auch hier viele jahre dann fördermitglied dort und wir tauschen uns aus und schauen auch so generell wie man wie man sich so unterstützen kann aber das ist jetzt nicht was was bei dem jetzt das jetzt digital courage bei digital courage oder was ist die gegess digitale gesellschaft oder digital courage digital courage war das okay digital courage okay ja da da ist bei digital courage da ist überschneidung noch mal ein bisschen stärker weil die sich auch sehr stark mit für freie software einsetzen und da jetzt auch bei dem bildungspaket wieder freie software mit drin ist und die ja auch mit dem förderverein hier für software verengagiert ist sich für freie software einsetzen da arbeiten wir auch stark zusammen sind dort immer wieder eben viel auch im persönlichen austausch wir kennen uns seit vielen jahren tauschen uns dort aus aber haben wir eben halt doch auch beide so einen anderen schwerpunkt mit also wie gesagt zu diese viele von diesen privatsphäre themen oder big brother awards das sind dann eben sachen die die digital courage dort macht wir konzentrieren uns sehr stark eben auf die kern thema freie software und deswegen ja das ist das ist was da arbeiten wir mit anderen organisationen dann zusammen aber ja schauen dann dass man das auch ein bisschen guckt so wenn die einen in einem bereich was machen dann müssen ja dann nicht alle organisationen in dem bereich dann dort aktiv sein ja dann sind wir schon am ende der veranstaltung auch noch mal danke im namen der jetzt gerade noch 127 teilnehmer du wolltest ja dort ist dann angeboten falls jetzt nicht alle fragen konnten wir eben nicht durch arbeiten noch mal in einen separaten raum zu gehen die müssen wir dann hier mal ins pad posten den link dazu und ja ich mache da ohne ohne jetzt öffentliche aufzeichnung oder so dann weitergehen ja genau also ich würde anbieten ich muss jetzt kurz einmal weg aber ich würde anbieten dass ich um 14 uhr noch mal für so eine halbe stunde in dem raum bin bbb raum von der fsfe bin der norbert kann das ja gleich in das pad einmal reinmachen da könnt ihr mit reinkommen und dann können wir da gerne noch mal wenn ihr noch mal ein paar weitere fragen habt wir auch aktiv werden und wir selbst mit aktiv werden können für freie software bei der fsfe könnt ihr dort einfach mit dazu kommen und dann können wir das noch mal besprechen oder auch ansonsten wenn ihr das jetzt da verpasst ihr könnt mir gerne auch mal eine e mail schreiben und mit anderen leuten von uns auch mit sprechen mit unserem deutschen team der fsfe mit sprechen wir aktiv werden könnt oder wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt mit spende fördermitgliedschaft oder wie auch immer ansonsten noch mal vielen lieben dank fürs zuhören vielen lieben dank für eure arbeit für freie software ich hoffe ich konnte euch so ein bisschen motivieren weiter dran zu bleiben in der zeit die vielleicht jetzt für euch alle auch nicht ganz so einfach ist jede kleine sache trägt dazu bei dass sich das große ganze letztlich mit ändert ich danke euch fürs zuhören ich danke den organisatoren von chemnitzer linux tank dass sie das auf die beine gestellt haben obwohl das echt dieses jahr sehr viel schwieriger war vielen lieben dank und ich wünsche euch noch eine schöne veranstaltung okay tschüss 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 tschüss